Wir haben wieder unseren Schlüssel geholt, den zweiten. Dann machen wir jetzt noch eine Mission mit Modern Sonic und so. Ich finde, die mit Classic Sonic spielen sich flotter und schneller. Und spielen sich auch kürzer und auch kurzweiliger. Nicht im Sinne, dass die mit Modern Sonic langweiliger sind, sondern gehen einfach flotter vorbei. Und das ist jetzt gerade auch praktisch, weil wir dann noch ein bisschen Gas geben sollten. Auch wenn wir nicht zwingen müssen. So. Äh, nee, da kann ich gar nicht rüber. Dann ist das ja super. Dann gehe ich jetzt hier runter und bis. Dann möchte ich jetzt gerne hier drauf und darüber. Danke. Nein, nicht Cream. So sehr du mich auch da zu zwingen willst, wir könnten mal ein Doppelgängerrennen machen. Außer, was ist das da hinten? Aua, das weiß ich doch. Ich will doch nur da hoch. Ja, komm. Jetzt darf ich hier aber auch nicht hochspringen. Weil wenn ich jetzt so mache, werde ich runtergeworfen. Ach, toll. Ja, danke. Dann, äh, wieder zurück. Dong. 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 Ja, genau. Wie auch immer. Äh, nein, falsche Musik. So, machen wir mal ein Doppelgängerrennen. Einfach, äh... Hat das die komplette Zone, das auch blöd? Rüber. Nein. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will da hoch. Bitte. Lass mich. Ja, danke. Okay. So. Ja, okay, wir sammeln Power-Tornschuhe. Das ist doch schön. Das ist doch etwas. Weil die ganze komplette Zone wollte ich jetzt nicht nochmal spielen. Hä? Wieso springt der jetzt auch nur 70 Stunden und 40 Minuten Speicherplatz für restliche Aufnahmen und so. Ach, egal. Der Stern dreht sich. Hui. Das ist das einzige animierte Bildschirm. Aber warum habe ich das gemacht? Go. Und so. Und so. Halt die Klappe. Yay. Jups. Weil wir können, sind wir schnell. Ey, ich meine, wir sind schnell, weil wir können. Pro-Skiller. Pro-Skiller. Äh, hier, jetzt. Bitte Pro-Skiller und so. Pro-Skiller, wo? Hallo. Oh, ciao. Genau. Danke. Pro-Skiller. Nicht. Oh, seid das dauernd. Ich bin gar kein Pro-Skiller. Oder, ach, ich hasse das Wort eigentlich. Ich sage das immer bloß, um Leute zu verarschen, die es sagen. Nein. Und so. Äh, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das klappt. Ich dachte, wir sterben jetzt. Dachte ich wirklich. Äh. Hier zielen und so. Meine Stärke. Ja. Doch, anscheinend schon. Äh. Immer langsam mit Dingen umführen. Meine alten Knochen können das doch nicht mehr. Ah, nee, das ist ein Classic Sonic. Okay, dann sind wir ja noch jung. Gut, ist ja nicht so, als wäre ein Modern Sonic jetzt irgendwie sonderlich alt. Genau. Hat nicht ganz geklappt, eure tolle Idee, Sega, dass ich dann so zurückkatapultiert werde. Boah, ihr Noobs. So. Das kann ja ich besser, ey. Alter. Mario ist ja sowieso viel besser als... Nein, ich spreche es nicht aus. Technisch vielleicht in den letzten, äh, Jahren. Eindeutig, äh, aua. Äh. Sonic voraus gewesen, weil viele vom Gameplay her kaputte Spiele rauskamen, die einfach technisch nicht einwandfrei waren. Aber von der Grundidee her war Sonic immer besser als Mario. So, das ist einfach ein Fakt. Bei Mario, die Musik ist langweiliger komponiert. Äh, die Levels sind detailloser. Das kann man einfach angucken. Die sind detailloser und so. Ach, ich will jetzt aber hier keinen Mario, äh, 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 Shitstorm starten und dann einen Shitstorm gegen mich auslösen. Das möchte ich bitte nicht. Es ist alles persönlicher Geschmack und so. Ne? Ich hasse es halt. Ja. Ich glaube, ich muss nur erwähnen, äh, im ersten Mario-Spiel haben sie Levels recycelt. Und zwar an sich komplett. Also wirklich aber im selben Spiel. Das ist, äh, wir sollen ja sagen, Sonic Generations recycelt auch. Ja, das macht es aber mit Absicht. Aus einem Grund. Und den Fans gefällt das in dem Fall, weil es so ein paar Tage für Rückblenden und so sind. Aber wenn ich ein Spiel habe, dann ein Level nehme, das schon vorkam in demselben Spiel, genau so einbaue und nur mehr Schildkröten einbaue, das ist dann wirklich faul. Entschuldigung. Naja. Meine Meinung muss nicht jeder so sehen. Muss nicht jeder so sehen. Als kleines Kind fand ich das erste Mario auch cool, aber... So als ich zwei, drei Jahre alt war, aber dann nicht mehr. So, und hört mal. Ja, genau der Boss ist es. Vielleicht erkennen es einige schon. Nimmst du Schaden, lässt du Alexander mit mir eingefallen. Das ist das erste Mal so seit Anbeginn der Sonic-Serie. Nein, ist es nicht. Doch, das ist es. Nicht. Wie auch immer. Ach ja, ich finde es so toll, dass ich letztlich von der PS3 machen kann. Finde ich super. Wenn ich es nach... Ne, der Nachbar kann ja gar nicht durchs Fenster gucken. Aber wenn er könnte, würde er sich wundern, warum ich mit mir selbst rede. Modern Sonic. Und wer ist es? Ihr wisst es schon. Genau. Perfekt Chaos. Zu geiler Musik. Auch die Neufassung ist geil. Klingt aggressiver und dunkler noch. Oh, passt einfach los. Da wollen wir doch mal aufs Maul hauen. Wie wäre es damit? Hauen wir ein kleines Monsterchen aufs Maul? Oder ich bin schlecht und fall runter. Komm, jetzt diesmal gleich richtig. Wenn ich richtig spiele, dann geht's auch. Seht ihr? Ich kann es eigentlich. Ich baue nur manchmal scheiße. Einfach so. Weil ich kann. Yeah. Und hier drin nicht mehr boosten. Sonst verbraucht sich die Turboanzeige. Seht ihr? Ja, ja. So ist das. Yeah. Hier bringt er einen aber nicht oft hin. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen der einen manchmal im Level irgendwo hinsinkt. An bestimmte Orte. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte mehr Tricks machen können. So. Und ja, Chaos nicht Shadow. Chaos greift einem wirklich an. Der trifft mich bloß nicht, weil ich schnell genug bin. Die ganzen Explosionen und rumfliegende Teile und so, die können uns schaden. Und auch seine Tentakel und alles können uns schaden. Und die Schüsse auch. Das war knapp. Also, wie gesagt, das kann uns alles schaden. Ich bin bloß gerade schnell genug, dass das nicht uns richtig trifft. Ah. Fuck, 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 fuck. Hau ab. Ja, da war ich wieder gerade so schnell genug. Oh, 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 oh. Schüsse. Die jetzt überall runterkommen werden und so. Yeah. Da hast du Schlampe. Insiges, fettes, komisches, glibber Wasservieh. Da hast du's. Das bekommst du, wenn du Kacke baust und so. Das bekommst du, wenn du hier Stürze kaputt machst. Yeah. Ich hab einfach mal den Turbo aufgebraucht, weil wir brauchen ihn jetzt eh nicht mehr. Wir brauchen den Turbo ab hier nicht mehr. Genau, das ist die Musik, die vorher angezeigt war. Bumm, 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 bumm. Jetzt nochmal ein letztes Mal aufs Maul geben und dann hat's jetzt erledigt. Komm schon her, die Sau. Dreckiges Schwein. Willst du alle gemacht werden? Du willst alle gemacht werden? Komm her. Dreckiges Schwein. Keiß aus der Distanz an. Ich spring dir direkt ins Gesicht, wenn's sein muss. Da, ins Gesicht. Direkt auf den Schädel. Feigenschwein. Buki ist unter. Hu 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 ha ha. Zu epischer Musik. Richtig episch. Schau vorbei. Schade. Zehn Minuten hätten wir noch. Äh. Oh, guter Score. Perfekte Strafe. Ja. Die hat er gekriegt. Ja, ganz gut allgemein. Gut Ringe gehabt. Guter Score. Gute Zeit. Passt. Andi, wir haben ja keinen Perfekt-Bonus, weil wir anfangs einmal krepiert sind, weil ich zu blöd war. Und, ja, da hab ich mich konzentriert und dann lief's sogar ziemlich gut. Ja. Gut, wir haben jetzt immer noch fast zehn Minuten, neuneinhalb. Neuneinhalb Minuten, genau jetzt. Äh, ja. Hängt das Spiel jetzt? Nein. Sequenz. Du hast ziemlich viel von dieser Welt zurückgebracht. Ja. Läuft doch super. Du machst das gut, Sonic. Ja. Du meinst wohl, ihr macht das gut, Sonics. Äh, stimmt. Das werd ich nie lernen. Oh. Hau doch ab. Schau. Verpiss dich. Hä? Was ist das denn? Den mag er nicht. Das Monster mochte den Emerald wohl nicht. Ne. Diese Dinger waren schon immer nützlich. Ein paar davon haben wir schon, aber... Wir brauchen diesen Emerald. Ja. Sonic, du solltest dir das genauer ansehen. Du kriegst diesen Chaos Emerald bestimmt wieder und unsere Freunde auch. Ja. Und ich wette mit euch, wir brauchen alle sieben Emeralds. Ich find das geil, wie er das ausdrückt. So, oh, schon wieder. Ach nein. Wirklich kreativ. Ihr habt ja ganz schön was vor euch. Einfache Abenteuer sind einfach langweilig. Das stimmt allerdings. Ich find das so nett. Ach, schön. Da ist er, genau da. Aber den kriegen wir jetzt, glaub ich, den kriegen wir einfach so. Aber da hinten hängt einer. Wird man gleich sehen. Äh, der ist hier, glaub ich, irgendwie... Ne, den sieht man jetzt hier nicht direkt, aber der ist da. Und den kriegt man bloß, wenn man vorher alle anderen sechs schon hat. Und den hier kriegen wir jetzt, weil wir einen Boss besiegt haben. Dankeschön. So, und jetzt könnten wir... Ne, das machen wir am Schluss. So, ihr kriegt schon mal einen Vorspann. Was als nächstes passiert? In der Next Generation... Generation, kann man sagen. Das Gen-Generation-Dingens. Wisst ihr schon. Und dann hier. Sonic tanzt ein bisschen. Ach, das ist auch eins meiner liebsten Levels aus allen Sonic-Spielen. Ach, das ist so schön. Ach, ich liebe es. Und dann noch das hier. Wo ich das Original-Spiel nie gespielt habe. Das einzige Spiel, das ich hier nie gespielt habe. Wo halt hier Levels enthalten sind. Also nur dieses hier, das Spiel aus dem... Dieses Level hier stammt. Das ist das einzige, was ich nie gespielt habe. Von allen Spielen, die hier nochmal... Remaked wurden und so. Von den Levels und so. Ihr wisst schon. Und diesen Boss werden wir angehen. Sagt aber jetzt irgendwie nicht viel aus, weil es einfach bloß die neue Eggman-Musik ist. Naja. Wir gehen jedenfalls zurück. Ach, verdammt, wir haben immer noch sechs Minuten. Hm. Eigentlich blöd. Wann rennt man da ein Stück? Was könnten wir machen? In der kurzen Zeit noch. Wir gucken, wie viele Punkte wir haben. Das könnten wir noch machen. Äh, hier Fähigkeiten-Shop und so. Wir haben... Ja, fast. Hm. Hm. Ach, schade. Ich hätte das jetzt so gern. Äh, ja. Mäh. Verdammt. Ich wollte jetzt noch den Controller kaufen und ganz kurz euch mal das Sonic 1 zeigen. Verdammt. No. 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 Ja, keine Ahnung dann irgendwie. Mensch. Pass mal's halt. Hör mal hier auf. Ich quatsch noch so lange, bis die Uhr auf vier Minuten ist. Ähm. Äh, hier. Wir rennen durch die Gegend vollkommen sinnlos. So. Hier Pro-Skiller und so. Yeah. Ja, okay. Dann verabschiedet sich Sonic. Ich verabschiede mich. Und Classic Sonic verabschiedet sich. Er kann aber gerade nicht hierher hier sein. Also. Bis zum nächsten Mal. Sagt Anbana. Sagen Sonic. Sagt Taysen. Sagen alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, okay. Dann sag ich auch noch ciao. Tschüssi. Wuuu. Wie? Hey. Bye. 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 Bye.